Hallo und herzlich Willkommen bei Nakazato74! Heute... will ich diesen Dungeon machen, aber erstmal schau ich, was das Erste alles dort sagen will. Nakazato74... Wieso hast du einen Namen in deinem Tal? Wie fühlst du über das Zauber-Elixier, falls nicht solltest du weitergehen? Was nochmal? Wie fühlst du über das Zauber-Elixier, Frage 2, falls nicht solltest du nicht weitergehen? Zauber-Elixier... Wieso? Wieso? Mist! Ich kann Dungeon 7 doch nicht machen! Dann die Frage, wie komme ich zu Dungeon... 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 6... 6... Ja, 6 meine ich. Jetzt heißt es hier wieder runtergehen... Von dem Berg... Wo ich letztes Mal so viele Probleme hatte... Das wird noch... Ne Riesenproblem... Also ich kann hier einfach runterspringen, oder? Ja? Ja? Du bist schon... Zum Beispiel hier... Wuii... Und natürlich überlebt es ein normales Mensch... Wenn wir runtergestürzt werden... Wären wir längst tot... Wie komme ich hier weg? Ah ja... Hier war ja... Nein, doch nicht... Wuii... Nein... Und so... Oh... Nein... Jetzt die Frage, wie komme ich wieder zurück? Ich glaube es war hier irgendwo... Da ich zum Beispiel nachher raus kann... Wenn wir nicht weg... Wenn ja jetzt endlich los. Ich bin wieder auf der gleichen Stelle... Ich bin wieder auf der gleichen Stelle... Hier geht es hoch... Hier geht es normalerweise runter... Aber ich komme dort raus? W- What the f-k... Jetzt bin wieder auf der falschen Stelle... Das wird jetzt eine Riesenzucherei hier. Hilfe! Verschwindet. Was ihr auch immer darstellen sollt. Ah, warte, 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 warte. Wir können doch hier lang. Hoops. Ah, schnuppig! Ich... in diesen Aufnahmesessen den... das Spiel zu Ende bringen kann. Steine! Äh, ja. Ausweichen! Ausweichen ist eine Kunst. ... das nur ich werse. Ich wurde bis jetzt noch nicht getroffen. Hoffentlich bleibt es noch so lange. Das war knapp. Ich hab's gesehen. Ich wurde nicht getroffen. Ich bin ein Star. Genau, von hier kommt man jetzt zurück nach unten. Mist, da wurde ich getroffen. Warte, hier kann ich ja rüber laufen. Stopp. Hier kann ich immer noch nicht. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. So. Jetzt muss ich wieder zurück in die andere Welt. Aber das kann ich ja nicht mehr, weil... Ich hab da meinen Spiegel benutzt. Jetzt muss ich ein Portal finden. Wow, das war super gut. Sag mir meine Zukunft. Du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Ich sehe, der Dieb in einer Schattenwelthöhle weiß, wie du anhängliche Truhe öffnest. Anhängliche Truhe öffnest. Das kostet dich 10, Rubin. Ein Dieb in einer Schattenwelt. Das werde ich mal schauen. Später. Warte, was war das? Ich hab grad eben was gesehen. Nichts. Ja. Nichts. Nichts. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf die selbe Stelle. Wo gab's nochmal ein Portal, wo ich rüber gehen kann? Also mit rüber meine ich in die andere Welt. Hier war doch irgendwo einer. Das will ich nehmen. War das nicht hier? Ich denke doch, jetzt war hier. Auf jeden Fall... Ah, nicht schon wieder. Ich habe keine Ahnung. Der haut nur ab. Irgendwann muss doch nur Truh geben. Ah, nicht Truh, sondern Welt, wo ich rübergehen kann. Wo war das? Das müsste doch da sein. Irgendwann da. Nein. Weg hier. Weg hier. Der will mich umbringen. Okay, das hier ist bestimmt nicht... Ah, warte, da oben was. Ich bin gleich da. Ich bin da geboren. Ich bin da geboren. Irgendwas? Ah, okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Wie komme ich da rüber? Aber, ich habe keine Ahnung. Kann man da irgendwie rübersaugen? Rüberfliegen? Rumscheißen? Rumkrabbeln? Da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht. Vielleicht kann ich ja irgendwo im Wasser mit dem Strudel... Wirrpull, also Strudel, dorthin gelangen. Aber ich sehe bis jetzt nichts. Hier ist auch nichts. Nein. Hey, das sehe ich bis jetzt. Auf dem Stadion ist das Zeichen von Triforce. Hey, ich habe da was gesehen. Was bist du denn? Nimm ein paar Rubin, aber das sagt niemandem, dass sie von mir sind verstanden. Danke. Aber das wollte ich auch noch sehen. Yeah, noch mehr Rubin, die ich nicht brauche. Bombe, die ich nicht brauche. Ich scheiße Bomben vor meinem Arsch. Nee, ich habe keine Bomben mehr. Alter, der macht mir einen Schaden. Wieso? Kann ich den auch verwandeln? Was? Wieso wird der aggressiv? Das war eine lustige Angelegenheit. Also, hier irgendwo waren sehr viele Rubils, ich glaube. Wieso sage ich Wirbel, Strudel meine ich. Hier ist einer. Nein, du bist kein Strudel. Ich weiß aber nicht, welche Strudel. Das hätte mich fast getroffen. Da ist einer. Was? Nein. Egal, ich suche jetzt alle Strudeln ab. Kann ich irgendwie durch? Bestimmt, irgendwo konnte ich nicht durch. Und das ist genau hier. Und das ist doch total gut. Schwachsinn, wieso? Kann ich da nicht durch? Also, ich mache es so halt. Ich nehme alles auf, was ich spiele. Egal, ob ich fehle oder irgendwann nicht mal weiter, was wie jetzt immer. Oder wie eigentlich zu dem normalen Alltag gehört bei mir. Ich gehe da durch. Mir ist egal, ob da Bomben geschossen werden oder nicht. Wo bin ich überhaupt gelandet? Das war knapp. Warte, 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 warte. Ich habe was gesehen. Hey, ich habe keine Bomben. Alles deine Schuld. Komm her. Hör auf. Ich brauche irgendwo Bomben. Oh, Mann. Nein. Das hat total schmerzeneck. Ich brauche irgendwo Bomben. Was ist da überhaupt? War ich schon mal dort? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Fühlt sich an, wie ob ich nie dort wäre. Nein. Nein. Da kommt eine Bombe hinter mir her. Oder Feuerkugel. Was das auch immer ist. Ich brauche hier. Äh, hier ist kein Strudel. Das sieht ziemlich merkwürdig aus. Aber ich weiß, worum es war. Aber bestimmt nicht für das, was ich gerade will. Bis Minute 15 versuche ich noch die Eingang zu finden und dann, wenn ich nicht finde, dann nehme ich online auf, also spiele ich offline, meine ich, was online, offline, und such so weiter. Denn irgendwann wird es langweilig, mal dieselben Stellen zu sehen, das kenne ich vom eigenen. Ich entferne mich immer mehr. Nein! Arschloch. Nein, ich habe Bomben. Okay, ich gehe einmal nachschauen, was da ist. Dann können wir wieder... So, jetzt gehe ich mal dorthin und schauen, was da überhaupt da ist, bei dem Steinmauer da, was ich nicht schauen konnte. Vielleicht ist da die zweite Hinweis, wie ich dort überhaupt reinkomme. Zum Beispiel, wie es ein Stab, der die Tür öffnen kann. Was ich glaube, ich sterbe gleich. Und ich habe Feen. Ich sterbe doch nicht. Ich wurde verfolgt. Warte, das war hier. Denke ich mal. Yeah! Fring, fring. Jetzt kann ich meinen Weg weitergehen. Hey! Das war ein Strafstoß. Ich habe nur zwei Bomben. Jetzt noch eine. Hey! What the fuck? Für das hat mich eine Bombe gebraucht? Okay, ich beende mal den Part hier. Ich suche offline weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.